Jetzt könnte ich drei mit Eimer einholen, wenn ich nicht gedreht werde. Das? Das bist du! Da! Ah! Meine Zähne! Mann, das kann nicht sein! Sauber, Junge! Wer auch immer der Gelbe ist! Ich werde hier mit Absicht von jedem gedreht! Die drehen oben, um hier reinzufahren! Das rennt jetzt eh für einen Arsch, weil das Scheiße eingestellt ist! Von dem Unfähigen! Halt, du Fresse, Sklave! Ich bin 22! Hey! Es gibt doch nicht! Kann der mal die Schnauze halten? Echt mal, Unfäh, Mann! Komm her! Ja, Windschaden hast du ja auch! Mit denen habe ich das jetzt! Komm, wie nah du auf einmal wieder bist! Nein! Das darf nicht wahr sein! Das ist einfach... Ich bin verflucht, Mann! Ich hasse mein Scheißleben! Am besten die Bullen jetzt hierherlaufen! Nee, Kevin! Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss! Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss! Ich hasse mein Leben! Nein! Ja, verständlich! Mann, ihr Teppich-Faker, Alter! Mann, schickt mir ein Foto, Kevin! Das glaubst du mir nicht! Mann! Kevin, ich glaube, ich habe dich runtergehauen! Mann, was ist denn man das? Jetzt reicht es aber mal! Da! Da! Wird er weggeschubbt, Mann! Ist nicht so, dass ich nur einmal in Quest war, das ist schlimm nicht! Da! Du Opfer! Hält ein! Was, Kevin! Ich habe keinen Menschen berührt, du hast ein Stück Kacke! Ich bin in dich reingefallen! Da ist noch ein anderer Pinker! Da stand kurz Video drüber! Da bist du auch! Ey, du Stück Scheiße! Ich sehe nichts! Der fertige Bauch und gibt weiter! Ja, es ist der behindert! Lass mich fahren, wenn ihr sich könnt, Mann! Ihr seid so behindert, Alter! Junge! Wer war der behinderte Drecksfahrer, Mann! Also zum Pfeilsender, also zu dem Gamefunk! Okay, springt einfach runter! Okay, wir haben keinen! Oh, ich bin froh! Alles klar, ich habe keinen! Mann! Aufmerksam, Mann! Was machst du denn? Ey! Junge! Nee, nee! Er steht! Ich steige aus und er hebt wieder ab! Wie kann man denn am Abhang halten? Du bist auch dumm, ey! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich werde ihn nur abgeknallt! Ja, er steigt doch einfach ein! Ich fliege! Oh, mein Gott! Junge! Du bist ja gar nicht drin! Ja, du bist einfach losgefahren! Warte mal, hier ist noch... Meine Ohren! Denn steige ein! Oh, was ist das? Unfair! Wer wollte einsteigen? Oh, wie lange dauert das denn da einsteigst! Jetzt sind aber mehrere... Mache doch! Ich mache doch! Bist du behindert! Mach! Was ist das, wenn du dich schon wehestellst? Ach, nein! Oh, stopp! Stopp! Kämpfen! Ey! Mann, bist du behindert! Was macht ihr da? Ich gucke gerade hier im Menü, was muss ich anfählen! Das zückt mich doch nicht, du sollst fahren! Mann! Dann sieht man uns aber nicht, du Idiot! Mann! Was bringt das, wenn du das einstellst? Ich bin doch direkt hinter dir! Dann sehen sie halt mich! Idiot! Nein! Nein, dich sieht man dann nicht! Nein! Ja, ja, Kevin, wir werden unsichtbarer! Und... Wir alle! Du! Was muss ich anwählen! Ey! TNC! Vater! Der redet doch gerade! Er redet doch gerade! Ich verstehe nichts! Alle reden! Nein! 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 Was ist dieser? Was ist dieser? Er ist er doch fähig! Ich schaffe diesen Menschen! Ich hasse ihn! Er ist sonst... Nee! Warum? Lass mal! Wir brauchen... Nein! Nicht raus! Hier steht ein neuer! Oh Gott! Ach so? Wir brauchen aber ne Zugmaschine! Wir brauchen eine Zugmaschine! Warum schockt ihr nicht ein? Was soll die da hinten? Markier doch mal eine Zugmaschine! Kann man ja was markieren? Die sind doch alle blau! Sie sehen doch wo der Anhänger rumliegt! Ja und deswegen ist doch Kevin uns so da geblieben! Wer drängelt denn da? Das ist T-X-V-I-S-E-Z Oh nein! So wir haben LKW! Was? Ihr habt alles umsonsten ab hier! Haben die den? Dann gehst du einfach... Hey! Mir kommt einer entgegen! Er dreht mich! Ich hab's geschafft! Er dreht mich! Jetzt könnte ich drei mit einmal einholen, wenn ich nicht gedreht werde. Was? Das bist du! Da! Ah! Schäde! Mann! Das kann nicht sein! Sauber Junge! Wer auch immer der Gelbe ist! Also ich geb mir heute schon Mühe! Dieser Ruisse! Dieser Küche hier! Ich hasse es! Kevin! Wenn du mir zugucken würdest! Achso! Ich schaff die komplette Rampe! Und in der Luft flieg ich unterm Checkpoint anher, wo ich rauskomme! Guck dir das an! Jetzt guck dir das an Kevin! Jetzt guck dir das an! Du lachst dich tot! Jetzt komm nicht hoch! Und seitlich steht auch nicht! Nein! Du wirst von Code Winio90 über 100! Langgisst du? 1 12 1 2 2 1 1 2 3 2 3